Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Video. Heute schauen wir uns die Weldinger Nassschleifmaschine NSM 250 Vario genauer an. In diesem Test erfahren Sie, warum dieses Schleifgerät gerade bei Hobbyhandwerkern und ambitionierten Heimwerkern so beliebt ist. Die Maschine verspricht präzise Schleifergebnisse und eine robuste Bauweise. Genau das, was man für den perfekten Schliff benötigt. Aber hält sie auch, was sie verspricht? Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden. Ein Highlight der Weldinger NSM 250 Vario ist die regelbare Motordrehzahl. Mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 150 Umdrehungen pro Minute bietet sie die Flexibilität, die man für verschiedene Schleifarbeiten braucht. Ob Messer, Scheren oder Hubelmesser, die Maschine lässt sich individuell auf das jeweilige Werkzeug anpassen. Zudem überzeugt der Schleifstein durch seine hohe Rundlaufgenauigkeit, was für einen gleichmäßigen und präzisen Schliffsorg. Für den komfortablen Einsatz ist auch gesorgt. Die Höhe des Wasserbehälters ist verstellbar, sodass man immer optimale Arbeitsbedingungen hat. Ein weiteres Plus dieser Maschine ist die umfangreiche Grundausstattung. Neben dem Schleifstein sind eine Lederabziehscheibe, eine Winkellehre sowie eine Winkelführung im Lieferumfang enthalten. Besonders nützlich ist die Möglichkeit, die Anbauteile werkzeuglos zu wechseln. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine schnelle und unkomplizierte Handhabung. Die NSM 250 Vario hat zudem ein stabiles Metallchassis und einen langlebigen 160 Watt Motor, der für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten sorgt. Zusammengefasst bietet die Weldinger Nassschleifmaschine NSM 250 Vario ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Heimwerker, die hohe Ansprüche an ihre Werkzeuge stellen, ist sie eine lohnende Investition. Für den täglichen Gebrauch oder für gelegentliche Projekte, dieses Gerät liefert professionelle Ergebnisse. Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen und vielseitigen Nassschleifmaschine sind, sollten Sie die Weldinger NSM 250 Vario auf jeden Fall in Betracht ziehen.